Fred und Klaus treffen sich wie üblich am Dienstagabend, um über ihre Schandtaten vom letzten Wochenende zu reden. Prahlt Fred. Ich war am Wochenende auf einer Party. Die war klasse, die Gastgeber hatten sogar ein goldenes Klo. Daraufhin Klaus, du hast ne Meise, ein goldenes Klo. Nach einigem Hin und Her kommen die beiden auf die Idee, zu den Leuten, die die Party gegeben haben, zu gehen und nachzusehen, ob das mit dem goldenen Klo auch tatsächlich stimmt. Sie marschieren los und einige Minuten später klingelt Fred an der Tür. Eine etwas ältere Frau öffnet und schaut die beiden fragend an. Kann ich Ihnen helfen? Fred. Ja, gnädige Frau. Ich war hier am Wochenende auf Ihrer Party und mein Freund Klaus hier will mir nicht glauben, dass Sie hier im Haus ein goldenes Klo haben. Die Frau guckt die beiden an, dreht sich in den Hausflur und ruft Hermann, hier ist das Schwein, das in deine Posaune geschissen hat.